Grüß dich und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich muss es leider neu aufnehmen und zwar deswegen jetzt hier direkt aus dem Auto raus, damit es noch pünktlich in den Newsletter heute rausgeht. Leider gab es mit dem anderen Video technische Probleme, war die Location schöner, mit sauberen Sound und alles. Aber es geht ja um den Inhalt und zwar Investmentstrategie 2024. Wie gut bist du positioniert? Vor allem unter dem Gesichtspunkt, was steht uns bevor? Wo geht die Reise hin? Kommt dieses Jahr 2024 der lang erwartete Crash? Dauert es noch länger? Wo geht die Reise hin? Was passiert mit den Börsen? Was passiert im Bereich Kryptowährung etc. pp. Viele Fragen sind reingekommen. Ich werde nochmal ein ausführliches Video machen, auch zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Einfluss der Zentralbanken, Federal Reserve, EZB, alles was dazugehört aufgrund der bevorstehenden Zinsanpassungen. Aber die entscheidende Frage ist ja immer, wie hast du dich momentan positioniert, um vor allem dein Vermögen zu schützen? Im größten Fokus momentan liegt der Vermögensschutz und der Vermögenserhalt aufgrund der aktuellen Inflationszahlen. Die sind zwar mit schöner Korrektur entsprechend nach unten gegangen, auch die Zentralbanken wollen die Zinsen ja entsprechend wieder anheben, auch davon bzw. nach unten setzen und dementsprechend müssen wir gucken, was passiert. Wichtige Indikatoren, ich habe es schon öfters erwähnt in manchen Videos, der Ölpreis hat aktuell einen Abwärtstrend. Der Ölpreis ist ein Indikator dafür, immer was passiert in der Wirtschaft, wo geht die Reise hin. Und immer wenn der Ölpreis fällt, dann ist es auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass wir einen Abschwung erwarten können. So, dann gab es eine kleine Korrektur beim DAX. Auch da glaube ich fest, dass im Jahr 2024 eine größere Korrektur stattfinden wird. Ja, das man sieht ganz deutlich, gerade gestern, dass wenn etwas zusammenbricht, das geht immer viel, viel schneller. Ja, und da reichen oftmals kleine Informationen, bestimmte Insider-Infos und die Masse bekommt Angst und macht Abverkäufe. So, beziehungsweise viele Große nehmen natürlich Gewinne mit, es finden Gewinnmitnahmen statt und die großen Player am Markt können diese Märkte entsprechend manipulieren. Aber Investmentstrategie 2024, welche Strategie noch nie versagt hat, die wir jetzt seit 15, 15 Jahre empfehlen und wie ein Trüffelschwein in den einzelnen Speichen agieren, ist die sogenannte Drei-Speichen-Regel. Wird von den fünf reichsten Menschengruppen genutzt, ja, von Juden, Auslands-Armenier, Auslands-Chinesen, Mormonen und Scientologen. Funktioniert seit 2000 Jahren, hat noch nie versagt und heißt, du brauchst A, Cash-Reserve. Am besten ein paar Scheine zu Hause. Meiner Meinung nach immer so zwei Monats-Fix-Kosten sollte man auf jeden Fall Cash zu Hause haben, dann entsprechend Silbermünzen. Viele sagen natürlich Edelmetalle, Gold und Silber. Ich bin für Silber. Warum? Silber wird höchstwahrscheinlich in einem Vermögensregister nicht abgefragt. Zweitens ist das Geld des kleinen Mannes. Es kann überall schnell eingesetzt werden. Und wenn wir die Gold-Silber-Ratio aktuell anschauen, von 86 circa. Das bedeutet, um es kurz zu erklären, kann man zum Beispiel auf gold.de, bei Kurse gibt es Gold- und Silber-Ratio. Und da zeigt es an, ich brauche aktuell 86 Silberunzen, um eine Goldunze kaufen zu können. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine Waage. Und als das ursprünglich mal eingeführt wurde, war der Durchschnitt immer so bei 40, 35, 40. Das heißt, man hat 35 bis 40 Silberunzen gebraucht, um eine Unze Gold dafür aufwiegen zu können. Jetzt sind wir bei 86, das heißt Silber ist stark unterbewertet. Dementsprechend würde ich immer sowieso eine Tendenz stärker zu Silber machen als zu Gold. Und die anderen Weißmetalle, Platin und Palladium auch nicht zu verachten. Also, aber für zu Hause brauchst du im Endeffekt nur Silber. Dann natürlich Kryptos. Du brauchst definitiv Kryptos. Beschäftige dich dieses Jahr definitiv mit Kryptos. Bitcoin hat jetzt auch schon wieder gut performt. Es steht ja aktuell aus, dass BlackRock entsprechend den ETF einführen wird. Und dann werden wir sehen, was das alles für Auswirkungen haben wird auf den Kryptomarkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Kryptomarkt die nächsten ein, zwei Jahre eine Marktkapitalisierung wahrscheinlich von ca. 5 Billionen erreichen wird. Und dann kann man mit Kryptowährungen in den zwei Jahren auf jeden Fall sehr gutes Geld verdienen. Dann natürlich der Immobilienmarkt. Die erste Speichel in der 3-Speichel-Regel sind ja Immobilien zur Kapitalanlage. Ich bin seit Jahren kein Freund von Deutschland. Hat viele, viele Hintergrundinformationen. Gibt es auch Videos von mir dazu. Wir werden uns sehr stark weiter spezialisieren auf Dubai. Der Markt ist brutal am Wachsen. Auch für die nächsten Jahre gibt es keinen Grund, warum es hier größere Korrekturen geben sollte. Zumal die Preise aktuell die letzten zwei Jahre sich verdoppelt haben, aber gerade mal 10-15% über 2018 sind. Dementsprechend kann man immer noch sehr, sehr gut einsteigen. Und dann gibt es natürlich andere Länder, aber da bin ich wenig informiert. So, dann natürlich die Speicherrohstoffe, sprich Edelmetalle, strategische Metalle, Diamanten, Öl, all diese Dinge. Wenn man sich mit Gold und Edelmetalle eindeckt, wird man gut gerüstet sein für das Jahr 2024. Wenn man schaut bei strategischen Industriemetallen, welche Metalle haben nachgegeben. Wir werden eventuell eine größere Korrektur bekommen, aber wenn man dann günstig einkauft für die nächsten Jahre, weil nach jedem Einbruch gibt es auch wieder einen Wirtschaftsaufschwung, dann ist die Nachfrage nach strategischen Rohstoffen entsprechend wichtig. So, Diamanten ab einem Vermögen von 250.000 Euro, freies, verfügbares Kapital. Macht es Sinn, auch mal einen Einkerräter ins Portfolio aufzunehmen. So, wie geht es weiter? Dann natürlich Beteiligungen. Ja, das ist die dritte Speiche. Was ich fest davon überzeugt bin, werden weiterhin die Tech-Unternehmen sein, die sehr spannend sein können, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wir haben in der Speiche ja verschiedene Projekte, Token-Projekte, Private-Placement-Projekte, Private-Equity, Cannabis und zum Beispiel auch Private-Placement im Sport- und Fitnessbereich. Alles, was an technikmessbaren Daten auf den Markt kommen wird, ob das jetzt Fitness ist oder generell, Datenauswertungen, Blockchain, Token, all diese Dinge, wenn es fundamental vernünftige Unternehmen sind, mit a einem guten Management, b einer klaren Finanzierungsstrategie, optimale Vertriebs- und Verkaufsabteilung, gutes Marketing, dann und das Produkt natürlich gut ist, dann ist das Unternehmen zumindest mal prädestiniert, sich im Markt etablieren zu können. So, und da wird es gute Möglichkeiten geben, deswegen haltet da die Ausschau, weil in der 3-Speinen-Regel ist es so, die Beteiligungen dienen zum Cashflow-Ausbau, Preissteigerungsgenerierung oder halt passive Einkommensströme und die Rohstoffe dienen zum Vermögensschutz. Mit den Immobilien habe ich a die Möglichkeit, gute Preissteigerungen zu generieren, auch sehr, sehr gute Eigenkapitalrenditen und natürlich langfristig, wenn man sie hält, dann entsprechend schönen passiven Cashflow durch die Mieteinnahmen und in Dubai ist es zum Beispiel gang und gäbe Mietrenditen von 8-10% ohne Probleme zu bekommen. Also, deswegen unbedingt den Videokurs anschauen, da wird die 3-Speinen-Regel nochmal genau erklärt, auch Hintergrundinformationen. Es gilt sich breit zu positionieren. Warum? Wir haben momentan absolut keine Glaskugeln, man kann schlecht absehen, was wird richtig performen, was bricht zusammen, aber in massiven Krisenzeiten hat die 3-Speinen-Regel immer gewonnen, immer. Selbst wenn verschiedene Vermögenswerte mal im Preis gefallen sind, dann wurden sie durch andere Dinge ausgeglichen und teilweise wurden durch manche Speichen das Ganze outperformed um das 23-fache. Deswegen, wenn es hart auf hart kommt, wird man damit absolut der Gewinner sein. Wie du die optimal nutzt, wie du dann auch genaue Entscheidungen treffen kannst, wo kaufe ich was, wie decke ich mich ein mit meinem Portfolio, das wird alles erklärt im Videokurs und auch die Möglichkeit der Beratung danach. Deswegen, schau dir unbedingt den Videokurs an, teil gerne das Video, lass ein Like da, kommentiere und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, dann wieder in besserer Location, bessere Qualität. Bis dahin, ganz liebe Grüße, dein Tobias Rethaber, Cashflow Experte Nummer 1. Bis dann, ciao.